Ist eine Minecraft-Welt eigentlich unendlich groß? Die simple Antwort ist nein, eine Minecraft-Welt ist nicht unendlich groß. Aber wie groß kann denn eine Minecraft-Welt sein? Vom Nullpunkt aus erstreckt sich eine Minecraft-Welt 30 Millionen Blöcke in alle 4 Himmelsrichtungen. Das bedeutet, dass bei einer durchschnittlichen Höhe von 80 Blöcken die Welt aus 288 Billiarden Blöcken besteht. Das ist eine Zahl mit 15 Nullen und das ohne Neter. Würde man vom Nullpunkt aus in eine Himmelsrichtung lossprinten, ohne Berge und Hunger und das ununterbrochen, erreicht man bei einer Geschwindigkeit von 5,6 Blöcken pro Sekunde die Weltgrenze erst in 62 Tagen.